Eine aktuelle Studie besagt, dass nicht einmal jeder Zweite die wirtschaftlichen Begriffe wie Gewinn, Import, Export oder Eigenkapital erklären kann. Die private Initiative Wirtschaftsstandort Oberösterreich hat deshalb eine Broschüre mit dem Titel Wirtschaft kurz erklärt herausgebracht. Wirtschaft in die Schule bringen, das ist das erklärte Ziel von IWS, der Initiative Wirtschaftsstandort Oberösterreich. Vizepräsident Dr. Leonhard Helbig-Poschacher überreichte gemeinsam mit IWS-Geschäftsführer Gottfried Kneifel 550 Exemplare der neuen Broschüre Wirtschaft kurz erklärt. Gesunde Betriebe sind die Voraussetzung für eine gesunde Gesellschaft und für das soziale System. Und wenn man die Begriffe kennt, wie zum Beispiel Gewinn, Verlust, Import, Export, Steuern, dann kann man auch mitreden. Dann bringt das auch etwas für die demokratische Diskussion. Und man kann dann einfach mehr auch argumentieren und besser argumentieren, wenn man Wirtschaft versteht. Und der Bedarf an Aufklärung ist wichtiger denn je. Wir begegnen ja diesen Begriffen täglich in den Medien, in den Zeitungen, im Fernsehen. Und das geht derzeit an mehr als der Hälfte der Bevölkerung vorbei. Und wir wollen die Verständlichkeit von wirtschaftlichen Begriffen und von wirtschaftlichen Zusammenhängen steigern. Ein wichtiger Partner sind hier die mittleren und höheren Schulen. Wie zum Beispiel das Europa-Gymnasium vom Guten Hirten in Baumgartenberg. Also grundsätzlich ist dieser Teil, die Wirtschaft mit in die Schule zu bringen, für uns ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Die Kinder werden, sobald sie älter sind, hinausgehen, müssen sie mit den Finanzen umgehen können, mit ihrem eigenen Taschengeld, im Kleinen, später als Student mit jedem, was sie zur Verfügung haben. Oder dann in der Familie, beziehungsweise wenn sie ein Unternehmen gründen. Hier an der Schule bereiten wir ab der ersten Klasse vor, indem wir immer wieder die Wirtschaftstreibenden auch zu uns einladen und den Bezug hierher stellen. Wir bieten auch die Unternehmerprüfung mit den vorbereitenden Unternehmerführerscheinsmodulen an und haben somit ständig einen Praxisbezug. Wir versuchen aber auch, dass wir in die Betriebe reingehen, dass wir dort auch direkt mit den Wirtschaftstreibenden sprechen können, Experten hereinholen, um eben wirklich einen ehrlichen Praxisbezug und Motivation aus dem Ganzen auch herauszubekommen. Und das kommt bei den Schülern sehr gut an. Letztes Jahr haben von 48 potenziellen Schülern knapp 40 freiwillig die Unternehmerprüfung teilweise mit ausgezeichnetem Erfolg absolviert. Wirtschaft geht uns alle an und beginnt schon im Kleinen zu Hause. Jeder Mensch hat zu Hause ein Budget. Er kann nur das ausgeben, was er zuerst irgendwie verdient hat. Das ist richtig wirtschaften im Kleinen. Und im Unternehmertum ist es dann größer, wenn man mehr Mitarbeiter hat, wenn man mehr Aufgabenbereich hat. Also letzten Endes, wenn man nicht etwas erlöst, wenn man nicht einen Ertrag erwirtschaftet und landläufig, sagt man, einen Gewinn erwirtschaftet, wird man nicht langfristig erfolgreich sein. Deshalb ist es gut, wenn man von Jugend an doch die Grundbegriffe kennt. Und ein wertvolles Nachschlagwerk und eine praktische Fibel ist die Broschüre Wirtschaft kurz erklärt, die vorrangig an den mittleren und höheren Schulen für Unterrichtszwecke kostenlos angeboten wird und von jedem per Mail gegen einen Versandkostenbeitrag angefordert werden kann. Wirtschaft besser verstehen. Die private und unabhängige Initiative Wirtschaftsstandort Oberösterreich, kurz IWS, die von Unternehmen aus unserem Bundesland getragen wird, setzt sich stark dafür ein.